Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Magen! Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meinst du das einfach getroffen? Das will ich derart mit belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederprechtiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass Sie Soldaten, die für Sie verbrechen... Ich, das Feindlinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie hinzugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmöle Aktion nur behindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle Höhenoffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert!